Bisschen rechts. Ja, da ungefähr. Erstmal zwei R-Tügel für den Linken, oder war kein? Da ist die Höhe ungefähr dritter Stich. Da brauchst du nicht hochschießen. Oje, treffst du vielleicht die Artie? Jopp, hab richtig geschossen. Gott schütze der König! Aber es war kein auf WD. Es war nicht der Thema vom Artie Horst, aber es war der Tief von der Artie. Ach nein, es war Raton, der getroffen hat. Boah, jetzt schon zu sterben ist richtig qual, ey. Direkt am Anfang der Runde. Ja, pass auf, da bist du tot. Wenn die Linie nach links ist, das ist das 18, sondern das zehnte, ne? Ja. Und wer ist die Linie mit der Fahne? Die Linie mit der Fahne. Die Linie mit der Fahne. Oh, guter Schuss. Das ist das R-R-A, oder? Jawoll. Artillery, irgendwas, keine Ahnung. Eine leichte Linie, glaub ich. Dann hab ich immer wieder mal angeschrieben mit der Online-Bar. Hopp, hast du. Erdügel. Das war ein Zeichen. Jawoll! Hey, ich habe innen. Das ist Cooper. Super. Ich brauche erstmal nach rechts zum Schutz, deswegen, weil wir macht da ein bisschen was an. Jetzt haben wir ja zwei Infantikeregel, jetzt können die langsam mal Charge steigen. Ähm, ne? Vertrau nie, vertrau nie darauf. Ja, in zwei Minuten oder so, wenn die Leute wieder wechseln, aber jetzt erst mal durch. Okay. Rechts sind es auch Linie. Die Linie, die rechts auftaucht, die rechte Fahne muss sie echt wegschließen, damit die gar nicht erst über die rechte Flanke sich aufstellt. Die läuft jetzt, äh, ins Schuss fällt. Und die war klar, die Kugel. Ja, die müssen richtig weg, was die Infantikeregel, damit die wieder geht. Was? 459. Aber wenn die nämlich da herankommen, dann schadstellt man das Nummer 4, um zu pushen. Oh, Nummer 4 kommt. Oh, Nummer 4 kommt da. An eurer Stelle würde ich jetzt weglaufen. Oh, mach ich ja auch. 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 Okay, das weg. Oh, das ist wie die drin weg. Oh, den Pumple mitnehmen. Scheiße. Gut, die klauen die Pumple. Die Infantrieb dreht einfach nicht. Oh, die haben wir sehen, dass wir haben. Ach, der Pumple ist halt selten weg. Wir haben jetzt keine Pumple mehr wahrscheinlich. Machen Sie es nur noch Kasten und ich werde mal noch die Pumple klauen, oder? Ja, aber die werden die nicht, würden wir schnell angreifen. Wenn das TD erstmal ein bisschen Bummi gibt. Ja, die machen aber eine gute Traube, ey. Die Pumple sind dann selten weg. Ja. Auch, dass die werden nicht so einen Grundrück schossen. Oh, scheiße. Wir haben keine Pumple mehr. Nein, wir haben keine Pumple mehr. Beide Pumple sind noch hier, du. Gut. Ihr könnt einfach da hochcharge auf die Pumple selten. A2, die Reistörung ist frei. Ich starte schon mit meinem Buttermesser. Was ist geladen in der linken Kanone? Äh, Kugel. Der rechten übrigens auch. Was haben wir so ein Pestolat verloren? Ähm, alles? Nein, Friedheit debbt noch. Halt Sie! Füll das Vaterland! Novost, ist Felsorbett noch gemuted? Ja! Hey! Du sollst ihn bitte ent-muten. Nein! was hat er denn gemacht ja ich kann mich auch gerne probieren das team anzuschreit ich weiß nicht ob das funktioniert aber ich werde ziemlich anschein ich habe schon öfters gesagt dass du guter service sogar in einer abwesend habe ich manchmal darüber geredet wenn andere könnte über ein lassen aber der kommt später noch vielleicht erst mal felser freder ich will es mehr muskieren ja ich denke mal ich hole Marcel wieder rein oder Freda geht scharfen achso ich würde sagen dass die vorderen Erdwelle das da zwei Stück sind nebeneinander fragt mich nicht wie ich das in den Gericht habe anke wo ist der Medic ich bei dem Arator da machst du Fred Medic Medic ich hätte bei dem Arator wir sind die eigentlich gut sehen können vor Posten meinst du nicht Skipp zwei ja ja da sind zwei auf einen geh mal weg Junge du stehst ja weg weg so ich hab's gehanzt läuft der Ende vom 18. Messe wie wir weil da sind das da rechts Feinde aber ich hab grad Don't block nö ich glaube nicht nein was wo Feinde Kameraden sind verbündet die Infanterie recht ist auch verbündet Nummer 4 reiht den aus Bruder läuft nicht ganz so flüssig wie die letzte und hat das 18. gecharged ich hoffe das sagte du überlebt hast sehr gut Fix ist tot Lukas ist tot wir brauchen das nicht für jeden kill extra bei der Luft ist das nicht offi-shooting was die da gemacht haben auf die der hat einen Kitschernanspresser und jetzt wenn es den Müll gar nicht so zu dürfen das ist ja wohl auch wenn der Rabbeler ist auf dich zu rein wenn die Artillerie schon angemotzt wird wegen offi-shooting dann bitte die Regeln müssen so sein dass die Regeln für mein Team immer freundlich aus Glück werden für die Gegner beharrt also im Sinne von das Team vom Feierers gewinnt das war gar nicht extra das ist wichtig extra kill gemacht hab ich sogar schossen also sie ist halt ne es ist Gegner weil die anderen hinten überhoben ich glaube ich schießt gerade nicht wirklich es ist jetzt nur noch die Nummer 18 Gegner der Typ geht geh einfach doch mal weg wo du bist du bitte ähm da bräuchte ich keinen Erzügel bitte voll posten kannst du äh halt zu eurem Entmuten bitte warum er hat nördlich voll posten danke das heißt nein Nein yes öh er hat jetzt zwei jahres ich gesagt weg jetzt äh Aussage von Felsauk gehört auch Lügen zu erzählen ihr sollt' jetzt endlich entmuten ich kippte so ich zackt hab bis am Ende du locker doch alles wo er sich über die Kills gemacht oh ja scheinbar oh wo sie schießen grad gut Welche sind jetzt wo, die Feinde? Eher weiter links und eher Feinde weiter links und eher verbündet. Kann man nicht sagen, es sind beides Reiter. Und Reiter sind immer feindlich. Nummer 4, was kommt mit Tod? Jetzt! Kann ich mal das Ferngast haben? Ja, nimm mal kurz. Ich brauche auch wieder... Wir müssen doch wenigstens alle ihre Pferde loskriegen, dass die nicht mit 4 Reiter hierherkommen und uns zahsen oder so. Gar kein Bock drauf, wenn ich mal zahle. Markus, geh mal weg mit der Kanone. Pairdor, wenn du es bereits zur nächsten Runde auf den Server schaffen solltest, wir sind die Reiche. Ich glaube, du musst jetzt nicht so hart die Eingekäpte wollen, oder? Nee. Ich verbaute dich. Nee, eben, deswegen. Dann kommst du zu den Quillen. Yes, ich hab irgendwo am Ende der Welt... Ich hab schon mal Spaß mit dem ich nicht mehr gesehen habe. Lau... De, 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 de... Ich glaube, dass es wegen dem Quillen war, ich weiß nicht. Ich glaub auch, deswegen... Weil es war wirklich am Arsch der Welt hinter dem Hügel in dem Wald. Es liegen noch zwei Berichten, die Kabelerin sind noch noch ein paar. Lass ihn, der sich hat noch mehr von der Sorten dahinten. Wenn ich da gerade nachher habe, dann will ich da einfach rein schießen. Wenn ich einen Verbündeten getroffen wäre, dann wäre er noch Feinde. Also, Feli, wir machen einen Gewinn-Salut. Und... Feuer! Feuer! Mach ich nicht weg. Mach ich nicht weg. Mach ich nicht weg. Ich hab ja nichts besseres zu tun. Ich hab ja nichts besseres zu tun, ne? Grundsätzlich zu weiß, aber die, die, die sich... Ja, wir sprachen alle, wir sprachen alle, wir sprachen alle. Oh Gott! Das war so die flache Wiese da gesehen. Die Dark-Fairer sind, bevor er die Runde begann. Ja, ich kam raus. Wie viel leid, hab ich nicht weg. Gott schütze den Körner! Oh Mann. Das war gerade lustig. Ich hab so Ticketbrechen zur Drissen draufgeschoben. Ich hab eine krasse weiße Fläche gesehen, dachte ich halt, naja. Wird schon gehen. Äh, Leute. Ich würde sagen, wir gehen ganz turm auf den Hügel und vieles mit der Kanone. Uuuuh. Wieso denn? Ja, praktisch, das war nicht schlecht. Die alle den schönen Hügel gesehen haben wir locker die Arti drauf platzieren können. Könnt ihr richtig? Preis? Nein. Äh. Ja, Struber. Nein. Ripp vorpassen. Ja, das wird rausgeschoben. Das kam wieder zur Infanterie zurückgehend, Struber. Äh. Bisschen nur auf Strobe bei der Arti. Ja, Arti läuft. Äh. Ich hab auch ein Ticket gemacht. Ey, das sind, das sind Nervenmacherinnen. Ja, das ist ein Ticket. Ja, das ist ein Ticket. Ja, das ist ein Ticket. Ich hab auch ein Ticket. Musik 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 ich bin in vier schöneren felsen passiert hier auch nicht das ist ja das dumme an der sache eroberst ich bitte um die erlaubnis mit den vier mann gerade so fein zu laufen wir haben links eine linie du kannst mal links kauten okay gerade links hinten linie sammeln bei mir schnell gerade sammeln bei mir vorwärts so skirmischlein beidseitig feuern ein ich bin Dreh dich und schieß erhalten sie auf Pyrrhodor du musst kämpfen du musst alle töten okay Pyrrhodor das war's er hat dich nachgeladen wenn ich getroffen wurde aber das wurde mir nicht gesagt hätte die sonst alle umgebracht Alter könnte keine Kugel aushalten oder was ich hab eine Kugel ausgehalten aber dann kam die zweite unsere Kaffee stan is so useful mit ihren dragoner musketen jetzt retten sie weg okay RENNN! 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 RENNN Leute bleibt dorblieben bis jetzt hier ist und charge nicht RENNN! Bleib von Neben ich dachte mir die chargen Es ist ein Reiter, der ist tot! Oh, halt. Ruf, die liegt da auf der Pempel! Wo ist der Pempel? Da! Ah nein, Friedhelm war's. Da eigentlich keine Reiter weggeritten sind müssen wir doch beide Pempel irgendwie wiederfinden können. Ich habe falsch F. Hier ist ein Pupel, wo ist der andere? Und auf die C mit F zugesehen. Hey Ghost, fände mal den zweiten Pärmpel ab. Er lebt noch. Hey, lass filmen. Und die Linie steht. Boah, Kassel. Wir gehen jetzt einen Meter nach hinten. Den wegschießen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt rum und guck durch mein Pferd. Ich schaue mich so krass auf. Weil unsere Leute lassen sich so ein bisschen... Die laufen so oft hin und her, bis sie nicht mehr lehnen. Wir legen free Muskaten rum, wenn irgendwer Free Muskaten hat. Der ist lebensmüde. Verstehe. Glaubt ihr eigentlich, man darf bei irgendeinem Rollcharge oder so als Offizier sein Schwert abgeben oder Muskete benutzen? Genau. Also wenn man nicht mehr schießen darf, dann... ...dürft das... ...dürft das, glaub ich, lieber, ne? Cool, komm. Oh, jetzt kommt das... Jetzt kommt erst mal das Nummer 4. Kai, lass die Kürze hier rein. Rücken aus. Ja, die greifen erst mal die ganze Infanterie so nieder. Die ganze Infanterie, zwei Mann. Ausgeflöscht. Jetzt, da die ganze fette Linie links von der Artie. Oh, ein bisschen niederlöschen. Warte, dann kannst du den Kiel mal locker mal verdreifachen. Links von der Artie? Das ist extra Hügel. Das hab ich nicht gesehen. Da, wo zuerst der Kaffee-Charge war. Ja, das ist dann... Da ist nicht nur ne Leichter, da ist irgendwo auch ne richtige Linie. Ja, das war ne Leichter und ne steht auch wohl ne Hügel. Guck mal, bei meiner Position ungefähr Friedlinter lauft. Die sechs Mann, geschlossene Linie. Ja, Moment. Unsere Leute. Ja, da haben wir lieber tot bis auf einen Reiter oder so. Muss ja nicht den einen Reiter treffen. Oh meinst du? Das Infanterie, Kaballerie, noch ne zweite Infanterie. Kann man richtig was killen. Und da wir die letzten Seen noch leben, würde ich dann sagen, äh, Frau Posten, du wiederbelebst dich und baust dich am Zaun. Ach du Scheiß, das ist ja mehr Reiter als wir Leute haben. Aber... Was das denn? Ich hab mich schon geistig auf den Nahkampf vorbereitet, da kommt irgend so ein Otto und knallt mich einfach an. Otto? Ist nicht jeder, sagen wer der tot ist. Ah. Ist nicht jeder tot. Joom. Boa, du bist einfach nie der Zeit, ja. Dix würde noch, äh... Gedihorst. Hat jetzt allerdings wieder eins. Er Pluchtel. Ich sag einfach, wo die mehr rede als durch die Erschrufe. Ja. Ich kann eine Person, die weniger rede wie ich, auf Dawn. Das stimmt, ob wir. Uff. Wie gut. Wie gut. Du bist ja nicht mehr. Rathorn spricht halt durch Taten, nicht durch Worte. Am Anfang war das, war die Tat. Da haben wir ja, das kann ja nicht so schön. Anfang war der Rathorn. Rathorn sah, dass es gut war. Er sah an, all das, was er getan hat, und sie sah, dass er sehr gut ist. Oh, die Kugel, ich habe die gerade im Fernseher gesehen, das ist schon so im Ruckelmodus geflohen. Er hat 10 Meter geflohen, eine halbe Sekunde angehalten und so weiter. Ja, komm. Da fliehen die Kugel gerade schon wieder so scheiße wie die verbindeten Spiele. Kaka macht noch was auf den Hügel. Dieser linke Hügel, das hängt auch unserer Leute. Vielleicht leben noch einzelne Leute, wir haben keine. Wir haben eine konstante Truppe. Kattetsche laden. Kann ich auch Kattetsche laden? Ich nehme noch 13 und die Leute, die hier rumgabbeln, könnten fast 13 sein. Ey, Struber. Ja? Kattetsche? Würde ich mal machen, aber ich weiß nicht. Kommen Feinde auf uns zu? Alle. Es lebt noch 13, wie hier rumgabbeln sind ungefähr 13. Ich hab sie nicht gezählt. Es lebt 26 gegen noch. Hier noch nicht. Ich zähle alle Leute hier. Artillerie-Gale zu mir. Sammelt euch. Hier sind nur 12 Leute. Irgendwo lebt noch ein Typ, aber außer ich kann nicht zählen oder so. Ja, da vorne ist noch einer. So. Den sammeln wir jetzt nämlich auch einen. Der macht... Was passiert? Muss ja auch, muss ja auch. Jeder von uns muss mindestens zwei Krits machen. Kattetsche! Okay. Legler-Linie auf meine links. Was hat das jetzt gebracht? Über 300.000 Kilometer. Wir hatten in der Kattetsche drin und haben überlegt, was ich treffen kann. Da links die Linie, die könnt ihr machen. Ihr müsst Feinde ansagen. Ja, links. Alles Feinde, außer in der Nähe von der... Alles links? Links rum? Alles links rum? Alles links rum? Alles links rum? Alles links. Bis auf die Kaff, die geht jetzt nach rechts aber. Kaff ist wahrscheinlich zuerst da, außer die wartet, aber die ist sicher ziemlich ohne bei 12. Ja, die greifen, denke ich direkt an. Die sind sehr viele. Okay, mit Cs. Haben wir noch feindliche Artillerie? Nee, ne? Nein. Vorbei ist kein Team. Jax kommt Kaff jetzt, ne? Ja, nehmen wir. Okay, sollen wir dann nicht lieber hier so stehen? Die Artillerie ist keiner hingelaufen. Ja, lass mich doch mal machen. Nien hier bilden. Nien hier bilden. Ein bisschen was er sagt. Infanterie frei. Noch nicht fies, noch nicht fies. Ja, wir fiesen noch einem. Zurück ziehen. Zurück ziehen. Macht nix. Zieb es alle Kamilaristen zu töten vor dem Kapitel. Nicht alles in das KW. Sehr gut. Meine scheiß Maus ist kaputt. Ah, ich schiebe. Boah. Du bekommst das. Zurück zieh, zurück zieh. Nicht zurück. Ich schiebe. Ich schiebe. Wer hat doch einmal schießen wahrscheinlich, also in der Deckung geht. Ey, einer kann schießen, die ist nachgeladen. Welche ist nachgeladen? Oder? Die linke. Die ist mit Kathätchen voll. Ja, aber da kann man ja nicht mehr nach rechts, links stehst. Das blick liegt. Du stehst. Ich hab mich endlich getroffen. Reiter, geh weg. Ich will mich nicht. Die war eigentlich alle rein zu töten, bevor die es noch hier da ist. Ich bin tot. Ich bin tot. Alle sind tot, ne. Ah, fuck. Ah, fuck. Leute, wäre in Zukunft echt geil, wenn ihr ein bisschen weiter sein könntet, wenn wir chargen. Jetzt schreiben wir GG, Chat.